Hallo und willkommen zu einem weiteren Farmvideo zu Nikolas den Reisenden auf BärTV. Ich bin's wieder Lilith Bärchen ingame mit meinen Ritualisten Godless Lilith. Wir befinden uns hier am Ödland Tor Richtung Schwefeleinöde und schnappen uns hier den ein oder anderen Gin. Ganz wichtig am Anfang immer das Miniatur Tier rausholen, in meinem Fall der super dynamische Schleim und hier haben wir auch schon die erste Gruppe. Heute bin ich auf der Jagd nach Saphir-Gin-Essenzen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das hier natürlich für alle Gin-Essenzen, komischerweise. Und eben für Spirits, hier setzen wir mal alle wieder auf den Schattengesang, denn wir brauchen alle in der Hoffnung den Saphir-Gin etwas beschäftigt zu halten. Ganz schnell weg von den Flames und den Schattengesang. Mein Problem war, der Rubin-Chin ist ziemlich gut mit allem übel entkommen. Jetzt kommt hier der Trick als Spirit-Spammer. Nach hinten laufen, Geister verteilt setzen und dann klappt es plötzlich. Mit ein bisschen mehr Glück trocken dann sogar die Essenzen hier. Okay, warum mache ich das hier und nicht wie meine Brüll-Ether-Clauen an der anderen Stelle? Jo, ich brauche keine Brüll-Ether-Clauen. Ich meine, theoretisch, wenn ich jetzt hier denken würde, Brüll-Ether-Clauen könnten auch bald mal wieder drankommen, dann wäre das natürlich kein Problem, hier in diesem Gebiet hier zu farmen mit dem Brüll-Ether-Clauen. Da ich aber keinen Brüll-Ether-Clauen möchte, sondern nur Essenzen. Ja, die brauchen wir uns jetzt gar nicht holen, weil es die falschen sind. Bin ich hier in diesem Gebiet unterwegs. Theoretisch hätte ich mir jetzt noch diese Gruppe hier holen können, aber heute geht es um Saphir-Gin-Essenzen und da da kein Saphir-Gin drin ist, spare ich mir das. Gut, zum Beweis, hier, ich habe schon so eine Essenz tatsächlich getroppt bekommen und im Großen und Ganzen fallen die ja auch nicht so mies, wie es jetzt vielleicht den Anschein haben mag. Dann, schön, dass ihr hier wart. Bis zum nächsten Mal. Lilith-Bärchen in-game-Bärchen. Beziehungsweise Godless Lilith hier von BärTV. Schaut auch vorbei auf www.bärtv.de Ich mag euch sehen. Ja, dich.